Hallo zusammen, willkommen in Arosa. Ich bin Tanja. Ich komme mit Ihnen. Wir sind hier in einem Schale in Arosa im Mutterhaus, wo vier Wohnungen drin sind. Die Wohnungen werden mit Elektroheizungen geheizt, die über eine App von jedem Mieter individuell gesteuert werden kann. Ein grosser Vorteil ist, dass sich die Heizung auch von extern steuern kann. Nicht wie früher, bevor wir angereist sind, den Hausabwarten anrufen oder jemandem, der uns die Heizung eingestellt hat, dass es warm war, bis wir hier waren, was ebenfalls mindestens einen Tag gebraucht hat, wenn nicht über Nacht. Und heute kann ich das von zu Hause zwei Stunden voraus machen. Ein weiterer Vorteil ist, dass man sehr flexibel ist und 20 bis 25 Prozent Heizkästen sparen kann. Die Installation sollte in zwei bis drei Jahren amortisiert sein. Ich persönlich finde es gut, dass der Kanton die Vorschriften zu machen, dass man die Installation der Fernsteuerung vornehmen soll. Man kann Energie und Ressourcen sparen. Ich würde die Installation jedem Ferienwohnungsbesetzer als Herz legen und empfehlen. Und zwar das auch von einem lokalen Elektriker zu lassen. Man hat dann immer einen Ansprechpartner vor Ort, kann sich auf die Ferien freuen und muss nicht mehr an das Heizen denken. Anhaltung des Zollenskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskunderskundersk Vielen Dank.